Gee, ain't it strange how sounds can let you down Can let you down My girl, you're middle of it Sounds Sounds Yeah Hört auf zu camp, ihr Wichser Sag mal, was ist denn hier los? So meine Freunde, ich wünsche Ihnen euer Profiger Willkommen bei Watch The Geek, man Sag mal, sag mal Na ja, zu flamen, Mensch Wir sind doch hier in Black Ops 2 Flamen wir doch nicht, was ist denn hier los? Machen wir hier, packen das Ding aus Oh, jetzt haben wir hier was anderes angemacht Das ist nicht so gut, Freunde Oh, gleich hier Endlich mal wieder Black Ops 2, meine Freunde Hier bei mir auf dem Kanal, ja, ja, ja Sieht's aus, mit dem Bernie zuletzt Äh, was wollte ich denn sagen? Ja, brauchst du gar nicht hier Andreas, Andreas Andreas, er dreht es, ganz toll Äh, letztes Mal in Bernie hier Ohne die Kampfachs, war sehr geil Und Black Ops 2, ich bin einfach mit am meisten Spaß, Freunde Ja Oh, 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 schieße zu zweit Nur der Schneider, Tarni, wo nicht wahr sind Da hat er mich gekillt, da hab ich einen Fehler gemacht Ich leg dir auch schon was nähe Ja Der spinnt wo, meine Freunde Was wollt ich denn erzählen hier? Ganz komisch, ganz komisch Übelst beschissene Träume gehabt Die letzten zwei Tage Erst, schneidet mir einer irgendwie, äh Einen Bauch auf, will der irgendwas einsetzen Und sagt dann zu mir Meine Fresse, meine Fresse Äh, was du als nächstes siehst Ist das, wenn dein Magen zur Seite raushängt Ist so was? Und dann bin ich aufgewacht Und dann war es irgendwie um 5 Keine Ahnung Also, komisch, ganz komische Träume Ich war irgendwie so ein Soldat Ich weiß das auch nicht so was Mensch, hat er öffnet die Dinger hier durch die Gegend zu fuhren Nein, lasst mich doch in Ruhe mit dem Scheiß Ja, jetzt schieße ich mich auch noch Nee, kannst du knicken mit deiner Schneider Andreas Ganz komischer Traum Ganz, 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 ganz komischer Hab ich dich! Mein Gürt Mein Gürt Mein Gürt, äh Oh, hier vorne steht auch noch einer Boah Vorhin hab ich jetzt meinen eigenen Spucke verschluckt Oh, nee, Schneider, kannst du knicken? Oh, da schießt noch einer auf mich Nein, mich, ich wollte dich doch gerade holen Das ist doch wohl nicht dein verdammter Ernst Welcher Bubiker will da auch mal hier Muss mal in Ruhe eine Runde Nein, im Sitzen pinkeln wollte ich sagen, genau Bubiker will ruhig mal in Ruhe Im Sitzen pinkeln So, ähm Ja, ganz, auf jeden Fall Ganz, ganz kurios, Freunde Ganz kurios Mensch, halt doch die Fresse, Alter Ist das denn dein Ernst? Ja, du weißt gar nicht, wie ich aussehe Meine Güte Sind wir hier im Kindergarten, ne? Sind wir hier im Kindergarten Dieses verdammte Geflame jedes Mal Das ist doch wohl nicht der Ernst Alle nehmen die Spiele so ernst Meine Fresse, ey Das ist doch, das ist doch nicht, das ist doch nicht normal Ja Jetzt mal erst Leute, oder? Es geht doch nicht Also man kann doch nicht die Man kann doch nicht die, auch wenn ich jetzt gesagt meine, halt doch mal die Fresse, ne? Ich meine, soll er doch Und wenn wir mit auf, macht der ganzen Sache noch ein bisschen mehr Druck Hallo? Kann der da? Okay, guck mal Kann der da? Ja, da, da, da Killer.exe haben wir Hammer Killer.exe Ähm Freunde, letztens auch wieder ganz komischen Traum gehabt Pass auf der Flamenkläfer da Ja Ja, Asad Asad Ja, oh, 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 oh Ja, den haben wir auch, oh, oh Oh Gott Ja, haben wir auch Haben wir alles raus Hol das Hol doch mal raus hier Taboga Ah Ich bin ganz aufgereicht, Freunde Ganz aufgereicht Holen wir noch die Drohne raus Nee, ich kann sie knicken Ja So gewinnen wir das nämlich, Freunde Ja, die haben nämlich alle keinen Plan Keinen Dunst Von nischt Ja, alle keine Ahnung Ja, vom Game Asad Phantom Hier, guck mal, Freunde Jetzt bin ich nämlich schon wieder zweiter Jetzt läuft der Alhasen nämlich, oder? So Und dann hatte ich noch einen Traum, Freunde Gestern Letzte Nacht, ne? Da liegt der hier Zwischen den Stühlen Oh, warte Und Ganz, ganz, ganz kurios Ich gucke mit dem Birney So ein Video Über, ähm Über was denn? Über Über, ähm Wie heißt es denn? Über, äh Über, ähm Über, ähm Über dieses, ähm Ach, jetzt hab ich's vergessen Jetzt hab ich den Namen vergessen Von diesem Oh, nee, da kommen sie wieder von allen Seiten Das ist doch noch ein Wahnsinn hier Oh, nee, das ist doch Wann ist doch ernst? Oh, Mensch, Fail Aim for the Win, Freunde Guck mal, wie ich jetzt wieder ablose, ne? Aber ich muss sagen, das ist heute meine erste Runde, ne? Drei Killer, am m nem auch, ne? Ist, und wie man ein bisschen wer da geflamment hat so Neeh, »Killer «X» geht doch nicht Wenn ich über dieses, wie heißt denn es, wenn die da so rumhuppen? Ah, ich habs vergessen, Freunde, wie es heißt Wie schimpft sich denn der Spaß, äh, der Scheiß Hardscope, Skiller, keine Ahnung, welche heiße denn der Mist? Oh, da haben wir da irgendwie auch weggeklatscht, Freunde, jetzt sind wir bei der Erste, seht ihr das? Probega hat es nämlich auch drauf, ne, der hat es nämlich noch drauf. Und das ist mir der Scheißgabe, weil ich schon eine Waffe nehme. Ja, haben wir nämlich Asit, Phantom. Äh, welche heiße... Oh, da kommt der von hinten, nein, oh. Mensch, aber Hauptsache er spielt ja PDW, was ja überhaupt nicht nubisch ist, ne. Ich weiß gar nicht, ob der das jetzt war. Ja, haben wir doch, Asit... Wow, 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 wow! Ja, da hab ich nicht erschrocken, Freunde, da hab ich nicht erschrocken. Welche heiß sind nur dieser Spot, wo die immer so rumjumpen? Ich komm nicht drauf. Auf jeden Fall springt da einer hin und her auf so einem übelst hohen Hochhaus, ja. Oh nee, da killt er mich, Asitkiller, ne, Killer extra. Und fliegt dann runter und fällt volles Rohr an dem Gerüst entlang und legt sich... Der ist einfach dann zerstört gewesen, der Typ. Und dann wechselt die Kamera im Traum, Freunde, das müsst ihr euch mal geben. Im Traum. Wechselt dann bei mir die Kamera... Oh, da haben wir einen. Mensch, Kass, Kass. Wechselt dann die Kamera und ich seh volles Rohr, wie der auf so einem Brett aufknallt. Aber so richtig derbe halt. Das fand ich so krass. Oh, mal gucken, ob wir das noch gewinnen, Freunde. Oh, haben wir noch. Ah! Nein! Ja-ho-ho! Freunde! Und seh ich das so und dann wechselt die Kamera wieder zurück. Und das war so heftig, Freunde. Der alte Sack hast du gewonnen, ey. Ja, kannst du mal sehn, du, ey. Ne? Ey. Ne? Echt mal, ey. Ne? Und so ist das nun mal, ne? Ja, du kleiner Harzer, halt zum Auge, ey. Harzer? Was? Ich hab heut frei, du Kunde. Was willst du denn jetzt von mir? Ja, klar. Ja, klar. Ich mein, wer Phantom-Level ist hier, oder wie sich das schimpft? Dauerfrei, ne? Ne, du bist doch hier Phantom-Level. Du bist doch hier Phantom-Level und kein anderer. Ja. Phantom, das geht ja raus. Hä? Also solche Noobs, Leute. Könnt ihr euch das vorstellen? Ne, ha? Naja. Auf jeden Fall. Ich muss ja mal raus, Freunde. Auf jeden Fall war das dann ganz schlimm. Und die Kamera hat dann wieder zurückgewechselt. Und hast du nicht gesehen. Und ganz, ganz schlimm. Habt ihr manchmal auch solche komischen Träume? So richtig krasse, wo ihr denkt, what the fuck? Wo ihr echt dann aufwacht und denkt, was war das jetzt? Mein Gott, mein Gott. Ja. Ich kenn mich da mit so Traumen und so. Kenn ich mich ja nicht so aus. Es gibt ja auch so Traumdeutungen und sowas. Aber davon vielleicht mal irgendwann mehr. Und, äh, schreit's mir mal in den Kontaaren, wenn ihr manchmal auch solche komischen Träume habt. Und dann sag ich, ich renne ja auch in eurem Publikum. Bleer, leeft! Frouf Mr. Mö斑